Das Nimbus-Mädchen Seelenliebe Band 1 Geschrieben von Emily Thompson Eine Videolesung gesprochen von Janine Balkos Ein Projekt von Janine spricht Zu finden unter www.facebook.com Janine spricht Prolog Die Adern an seinem Handgelenk traten hervor, als er die Finger zur Faust ballte. Eine der Kerben in der Haut war noch leicht gerötet. Er hatte den Deuch dabei, mit dem er sich die Male ritzte, doch eine weitere sollte nicht dazu kommen. Er zog den Ärmel seines Tarnanzugs darüber und rieb sich die müden Augen. Galat wusste, seine Seele war verloren, wenn er den Auftrag des Imperators ausführte und die Hüterin ermordete. Während er sich der Frau näherte, wünschte er sich nichts sehnlicher, als die Wirklichkeit, wie ein Stundenlas umzudrehen und verändern zu können. Sie stand mit dem Rücken zu ihm, nahe einer Schlucht, und sprach in ihr Headset. Ihre Stimme klang aufgebracht. Sie hatte ihn nicht bemerkt. Am Horizont türmte sie schwarz und schwer eine Wolkenwand auf. Die Luft war vor Kälte erstarrt. Galat fror. Er war der Frau so nah, dass er ihre Worte mühelos verstand. »Ich möchte so viele Informationen wie möglich sammeln, Mama. Erst dann zeige ich Naemi die Dokumente und erzähle ihr alles«, sagte sie. Er vernahm deutlich die Anspannung in ihrer Stimme. Sie lauschte, dann schüttelte die Hüterin den Kopf. »Darüber haben wir doch schon diskutiert. Ich entscheide, was gut für meine Tochter ist.« Er beobachtete, wie sie nervös ihre Finger rieb. »Ist Naemi immer noch sauer auf mich?«, sagte sie und seufzte resigniert. »Sag ihr, dass ich sie lieb habe. Ich komme nach Hause.« Als er einen weiteren Schritt auf sie zutrat, knirschte der Schnee. Die Frau drehte sich hastig zu ihm um und musterte ihn misstrauisch. »Ich muss jetzt Schluss machen. Ich bin bald zu Hause.« Sie nahm das Headset vom Kopf und steckte es in ihre Jackentasche. Er versuchte zu schlucken. Sein Mund war trocken. Er räusperte, verneigte sich leicht vor der sichtlich überraschten Frau. »Ich weiß, wer Sie sind. Ich bin hier, um Sie zu warnen, Hüterin.« Sie zog die Augenbrauen hoch, blickte ihn einen Moment schweigend an. »Wer...« Sie verstummte schlagartig, als ein kleiner Holowürfel zwischen ihnen landete. Das Hologrammbild des Imperators flackerte auf. Galats Magen sackte ins Bodenlose. Thürson sah ihn aus schmalen Augen an. »Was versuchst du hier gerade? Du solltest sie töten, nicht wahren!« Die Frau stolperte zurück, bis sie direkt vor dem Abhang stand. Alle Farbe war aus ihrem Gesicht gewichen. »Wozu hast du deine besondere Gabe, wenn du sie nicht nutzt?« sagte Thürson zu ihm. Sein Herz schlug heftig in der Brust. »Sie ist eine Hüterin. Was sie von mir verlangen widerspricht allem, woran ich glaube. Bei den anderen Hüterinnen hast du nicht gezögert. Du verstehst nicht, dass es weder für dich noch für sie einen Ausweg gibt. Thürson betrachtete die Frau verächtlich. »Das ist also Dysmias Brot.« Die Hüterin blickte kurz zu ihm, dann sah sie Thürson an und kniff die Augen zusammen. Galat entging nicht, dass sie sich dabei leicht aufrichtete. »Wer sind Sie? Woher kennen Sie meine Vorfahren?« Beim Klang ihrer selbstbewussten Stimme färbten sich Thürsons Wangen und die Haut am Hals tiefrot. Er antwortete ihr nicht. Galat blickte mehrmals zwischen dem Imperator und der Hüterin hin und her. Die beiden starrten sich an. »Wer sind Sie?« fragte sie noch einmal. Thürson fixierte die Frau mit wütend funkelnden Augen. »Ich bin Thürson, König und Beherrscher unzähliger Welten.« Die Hüterin zog scharf die Luft ein und hielt erschrocken eine Hand vor den Mund. Galat sah sie überrascht an. Erkennen stand in ihren Augen. Sie schüttelte den Kopf. »Prinz Puffin«, sagte sie so leise, dass er Mühe hatte, die Worte zu verstehen. »Was?« schrie Thürson. »Du wagst es mich, bei diesem Namen zu nennen?« Galat zuckte erschrocken zusammen. Die Hüterin wich einen weiteren Schritt zurück. Einen Wimpernschlag lang sah er Schmerzen im Gesicht des Imperators aufflackern, doch er hatte sich schnell wieder unter Kontrolle. Noch nie hatte er Thürson so wütend erlebt. Die Adern an seinem Hals traten pochend hervor. Sein Gesicht war von roten Wutflecken überseht. »Wie kannst du es wagen?« zischte der Imperator. Der Hologrammprojektor schwebte bis auf wenige Zentimeter an die Hüterin heran, so dass Thürsons Hologrammbild sie fast berührte. »Nur eine einzige Lailani nannte mich so, und sie ist seit vielen Jahrhunderten tot. Wieso kennst du diesen Namen?« Die Frau richtete sich noch ein Stück weiter auf und straffte die Schultern. Sie schwieg. »Vielleicht seid ihr doch nicht so ahnungslos, wie ich dachte.« Thürson musstete sie eindringlich. »Deine Kräfte schlummern. Du kannst unmöglich Kontakt zu anderen Hüterinnen aufgenommen haben. Offenbar bist du auf einem anderen Weg an diese Information gekommen.« Der Imperator lächelte. »Zahlt sich die Inkompetenz meiner verräterischen Schwester endlich mal aus?« »Sag mir, Frau, finde ich hier auf der Erde, wonach ich schon so lange vergeblich suche?« Die Hüterin schüttelte vehement den Kopf, sagte aber nichts. Galat war klar, dass sie wusste, wovon Thürson sprach. Die Augen des Imperators begannen fiebrig zu glänzen. Sie dagegen schloss kurz die Lieder. »Sei nicht dumm. Sag mir, was ich wissen will und ich lasse dich und deine Familie vielleicht am Leben.« »Nein, niemals. Hier geht es um mehr als unser Leben.« Thürson knifft die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen. Dann blickt der Galat mit gewittergrauen Augen fordernd an. »Wenn sie mir nicht helfen will, nutzt sie mir nichts. Und was mir nicht von Nutzen ist, wird entsorgt.« »Nein!« Galat schüttelte den Kopf. »Du kennst deine Befehle.« Thürson sprach hastig, während sein Hologrammkörper ein Stück zurückschwebte. Das Holobild flackerte und veränderte sich. Galat konnte ein Keuch nicht unterdrücken. Vor ihm stand seine Familie. Er erkannte im Hintergrund den Tempelplatz der Leilani auf Iriona. Seine Eltern hatten seine Geschwister Tijani und Foran in ihre Mitte genommen und hielten sie schützend umarmt. Vier Mantikore hatten sich im Kreis um sie postiert. »Nehmt den Jungen!« Hörte er Thürson sagen. Dann verwandelte sich die Welt um ihn in abgrundtiefes Grauen. Foran schrie und griff sich mit beiden Händen an den Kopf. Er sackte zusammen. Galats Vater, Loga, fing ihn auf. »Foran! Nein! Aufhören! Hört auf! Ich werde tun, was ihr von mir verlangt!« schrie Galat. Er hörte Thürson schnauben. »Zu spät, Krieger! Du hast sein Schicksal besiegelt!« Forans Schreie verstummten. Aus seiner Nase ran Blut und tropfte auf den hellen Sandboden. Sein Körper zuckte, schließlich lag er zusammengekrümmt wie ein Tierbaby auf dem Boden. Loga strich ihm die dunklen Haare aus der Stirn. Er weinte. Galat sah zu, wie die Tränen seines Vaters auf Forans Gesicht niederfielen. Noch nie zuvor hatte er ihn weinen sehen. Eine Schwere legte sich auf seinen Körper. als würde flüssiges Metall durch seine Adern fließen. Foran bewegte sich nicht mehr. Dafür hörte Galat die Schreie seiner Mutter und seiner Schwester. Klar und scharf rassen sie sich durch seinen Verstand. »Es tut mir so leid, so leid!« flüsterte er. Er zitterte am ganzen Körper, sackte in die Knie und verfluchte den Schnee, weil er viel zu weich darin eintauchte. Er wollte Schmerz fühlen, einen äußeren Schmerz, den von der Qual in seinem Inneren ablenkte. Er starrte auf das Hologramm. Seine Sicht verschwamm. Galat vergrub die Hände in den Haaren. Er riss daran, bis seine Kopfhaut in Flammen stand. Er öffnete den Mund zu einem stummen Schrei, schließlich blickte er in den Himmel und brüllte seinen Schmerz hinaus. Hilflosigkeit wühlte sich durch seine Adern und ließ nur noch Leere zurück. Die Hüterin stand vollkommen steif am Rand der Schlucht, so nah bei ihm, dass er ihrer hastigen Atemzüge hören konnte. Hinter ihr erstreckte sich der tiefe Abgrund mit scharfen Steinkanten, die aus dem Schneehang herausstachen wie Deutschspitzen. Sie sah ihn an, in ihren Augen erkannte er Mitgefühl und das Wissen, dass ihr eigener Tod unausweichlich bevorstand. Galat starrte wieder auf das Hologramm. Es kam ihm vor, als wären vor Rans leblose und weit geöffnete Augen anklagend auf ihn gerichtet. Seine Eingeweide zogen sich schmerzhaft zusammen. Sein kleiner Bruder war tot und dessen Mörder verkrochte sich auf einem Kommandoschiff. Für ihn unerreichbar. Tyrsons Gestalt erschien wieder auf dem Hologramm. Lebensgroß blickte er auf ihn herunter. Was wirst du jetzt tun, Galat? Der Nächste, der sterben wird, ist deine Schwester Tijani. Dann deine Mutter. Und am Schluss, dein Vater. Tyrson lächelte, als würde er ihm ein Geschenk überreichen. Töte die Hüterin, dann bleibt der Rest deiner Familie am Leben. Zumindest so lange, wie du mir gehorchst. Tyrson breitete die Arme aus. Es liegt ganz bei dir. Galat ballte die Hände zur Faust. Sein Kiefer malte. Er wusste, was er tun wollte, wenn sich ihm die Gelegenheit dazu bot. Er starrte auf das Hologramm, auf dem jetzt seine Mutter zu sehen war. Sie umklammerte Tijani schützend und strich ihr über die Wange. Die Hüterin neben ihm gab ein gequälten Laut von sich. Du bist ein Feigling, zischte sie. Du hattest deine Chance, Hüterin. Gib mir die Information, die ich brauche. Die Frau neigte leicht ihren Kopf. Das kann ich nicht. Dann stecken wir in einem Dilemma, meine Liebe. Zum Glück gibt es ja noch weitere Mitglieder dieser erbärmlichen Familie auf der Erde. Deine Mutter und deine Tochter können mir sicher weiterhelfen. Sie schnappte hörbar nach Luft. Naimi ist unschuldig, sie weiß nicht einmal, wer wir sind und meine Mutter habe ich nichts gesagt, brauste sie auf. Galat folgte der Unterhaltung stumm, gelähmt von seiner Trauer. Dann sind die beiden nutzlos und eine Gefahr, um die sich Galat kümmern wird. Nein! Der Imperator ignorierte die Hüterin und blickte ihn an. Ich verliere allmählich die Geduld. Galat betrachtete das Holobild, dessen Ansicht sich ein weiteres Mal änderte. Die Manticore hatten seine Mutter von Tijani weggezerrt und das kleine Mädchen umringt. Sie machten sich bereit, Tizons Befehl auszuführen. Tijani zitterte am ganzen Körper. Sie weinte, bewegte stumm ihre Lippen im Gebet. Er konnte sie retten, er musste seiner Familie noch mehr Leid ersparen. Dafür musste er nur die Hüterin töten. Er schloss kurz die Augen, alles in ihm schrie gegen diese Sünde. Doch er wusste, dass er sich nicht weiter weigern würde. Die Frau wusste es ebenfalls. Er erhob sich steif und ging mit Tränen nassen Gesicht auf sie zu. Sie sah ihn an, voll Mitgefühl und Schmerz. Eine Träne ran über ihre Wange. Sie trat näher an den Abgrund, den Blick weiter fest auf ihn gerichtet. Wir haben immer eine Wahl, sagte sie und sprang in die Schlucht. Kapitel 1 Das Mädchen war ihm sofort aufgefallen, als er ihr vor 15 Tagen zum ersten Mal auf der Straße begegnet war. Ihre großen, wasserblauen Augen. Sie erinnerten ihn an das Meer seiner Heimat Ereona. Galat beobachtete, wie sie unschließlich im Rahmen eines Fensters im zweiten Stock ihres Hauses stand. Nach einigen Minuten des Zögerns sprang sie den Ahornbaum davor. Wenigstens müssen wir jetzt nicht ins Haus eindringen und sie rausholen, sagte Romais und grinste zufrieden. Äste knackten, Blätter regneten vom Baum. Der Haarknoten des Mädchens öffnete sich. Ihr langes Sonnenscheinhafer fängte sich in den Zweigen. Aus dem Augenwinkel sah er, wie Romais sich nach vorn beugte, um sie besser zwischen der Lücke im Gestrüpp beobachten zu können. Wir warten, bis sie sich vom Haus entfernt. Dann bekommt die alte Frau nicht mit, wie sie stirbt und wir können sie einfach aus dem Haus holen. Romais sah ihn an. Türsonne ist bald da, flüsterte Romais. Galats Magen rebellierte, als er daran dachte, was er als nächstes tun musste. Er schloss die Augen und schluckte. Dort, wo er sich die Kerbe für den Mord an ihrer Mutter in die Haut geritzt hatte, brannte sein Arm. Der Schnitt war tiefer als bei allen anderen. Für ihn spielte es keine Rolle, dass er sie nicht selbst getötet hatte. Wäre sie nicht gesprungen, hätte er sie ermordet. Du kannst froh sein, dass er Tiani nicht getötet hat, Galat. Türsonne wird sich allerdings mit Forans Tod nicht zufriedengeben. Du hast dich ihm widersetzt. Er will mich persönlich strafen. Das hat er mir gesagt, nachdem die Hüterin tot war. Sie sprachen im Flüsterton, damit sie sich nicht verrieten. Das Mädchen saß im Baum. Sie tippte eine Nachricht in ihr Kommengerät. Galat schloss die Augen und atmete zittrig aus. Er spürte, dass sein Freund ihn ansah. Soll ich in der Nähe bleiben? Romais klang besorgt, aber er war nicht imstande, ihm zu antworten. Die Qual darüber, was er gleich tun würde müssen, war beinahe unerträglich. Galat zitterte. Sein ganzer Körper verkrampfte vor Anspannung. Sein Herz schlug viel zu schnell und seine Atmung beschleunigte sich. Schweißtropfen bildeten sich auf seiner Stirn. Galat, lass das, du wirst uns doch verraten. Er öffnete seine Augen. Der Boden unter ihnen bebte, zum Glück nur im Umkreis weniger Meter. Er hatte nicht einmal bemerkt, dass er seine Gaben benutzte. Er fluchte in sich hinein und brachte sich wieder unter Kontrolle. Romy legte die Hand auf seine Schulter. Wenn du deine Fähigkeit nutzt, wird es für euch beide rasch vorbei sein. Romais sah wohl im Widerspruch in seinen Augen und redete schnell weiter. Du musst dir das nicht antun. Es gibt einen Grund, warum du der Einzige aus unserem Volk bist, der Telekinese beherrscht. Du hast diese Gabe, um sie einzusetzen. Denk daran, dass es auch für das Mädchen schneller geht. Ihr werdet beide weniger leiden. Galat knurrte. Er wischte sich mit dem Stoff seines Tarnanzugs den Schweiß aus den Augen. Sie soll sich in Acker und in ihrem kommenden Leben daran erinnern, wer ihr das angetan hat. Dein Selbsthass zerstört dich, mein Freund. Er musterte Galat aus schmalen Augen. Du siehst schlecht aus. Ich höre dich fast jede Nacht im Schlaf schreien. Nimmst du die Medizin nicht, die meine Mutter dir gegeben hat? Sie ist nutzlos. Ich habe trotzdem Albträume. Er rieb sich über die Augen. Das ist die Strafe für meine Verbrechen. Romy schüttelte Miss Billing den Kopf. Ich bleibe hier und helfe dir. Ihre Gaben sind noch nicht erwacht. Sie ist nur ein Mädchen. Galat richtete sich auf. Mit oder ohne ihre Kräfte. Sie ist ein Kind der Lailani, eine Hüterin. Wir sollten sie beschützen, nicht töten. Er hob abwehrend die Hand. Ich mache es allein. Denk daran, was auf dem Spiel steht, flüsterte Romy. Galat blickte ihn aus schmalen Augen an. Daran brauchte ihn niemand zu erinnern. Er kannte Thürsons Strafe für Versagen besser als jeder andere Kämpfer. Geh und teile Thürsons mit, dass die Hüterin tot ist und wir die Großmutter haben. Romy ignorierte ihn und massierte sich nachdenklich den Nacken. Warum will er die alte Frau lebend? Sie hat Informationen, die er braucht. Und jetzt geh. Ich bringe die Frau zum Gleiter. Galat wollte es hinter sich bringen. Romy musterte ihn noch einen Moment, doch das Mädchen stieg bereits vom Baum. Verschwinde und erledige deine Aufgabe, fauchte er. Sein Freund hob entschuldigend die Hände, kroch langsam zurück in den Wald. Dort stand er vom feuchten Boden auf, strich sich verweckte Blätter von der Tarnkleidung und lief in Richtung ihres Gleiterschiffs davon. Galat atmete erleichtert auf. Er sah der Hüterin nach, die wieder eine Nachricht in ihr Kommgerät tippte. Ihre Haut war blass, fast durchscheinend weiß, was sie zerbrechlich wirken ließ. Sie war nicht groß, hatte aber wohlgerundete Brüste und Hüften. Er hatte sie heute Morgen beobachtet, wie sie mit ihrer Großmutter auf einer Holzbank im Garten vor dem Familiengrab gesessen und geweint hatte. Galat wusste, dass darin ihre Mutter begraben war. Er rieb sich über die schmerzende Brust. Das schlechte Gewissen quälte ihn. Er fühlte sich für das Leid des Mädchens mitverantwortlich, was seine Hilflosigkeit ins Unerträgliche steigerte. Er biss sich auf die Unterlippe, bis er Blut schmeckte. »Es gibt immer eine Wahl«, hatte die Hüterin zu ihm gesagt, bevor sie in den Abgrund gesprungen war. Sie hatte selbst losgehandelt und damit seiner Schwester das Leben gerettet, was seine Schuld an ihrem Tod nicht im Geringsten minderte. Und jetzt war er gekommen, um auch den Rest ihrer Familie auszulöschen. Eine Wahl? Er hatte keine Wahl. Galat lebte nur noch für seine Familie. Er hoffte, dass sich ihm irgendwann die Gelegenheit bot, Thür sein Altersunrecht heimzuzahlen. Sein Tarnanzug wog im Moment so schwer wie die Last in seiner Seele. Er ballte die Hände zur Faust und bohrte sie tief in den nasskalten Erdboden hinein. Der Geruch des mutrigen Untergrunds stieg ihm in die Nase. Er fröstelte, trotz des Anzuges, der ihn vor der Kälte dieser Welt schützen sollte. Das einzig Warme hier war die Hüterin, die er töten musste, damit sein Volk und seine Familie leben durften. Er war kein Krieger mehr, er war ein Mörder. Und der Preis dafür ist meine Seele. Er holte tief Luft, spannte die Muskeln im Körper an, um jedes weitere Zittern zu unterdrücken. Dann stand er auf und folgte ihr. Kapitel 2 Ich kann nicht glauben, dass du eine Party feiern möchtest, Naemi. Schämst du dich denn gar nicht? Die Worte meiner Großmutter taten mir weh. Das war total ungerecht. Ich hab Geburtstag und es ist keine Party. Ich treffe mich nur mit Konrad und Jasmin. Darf ich meinen Geburtstag jetzt nie mehr feiern? Wir wollen nur ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Großmutter rieb sich über die Nase. Das tat sie immer, wenn sie nicht mehr weiter wusste. Das sage ich doch gar nicht, antwortete sie in einem versöhnlicheren Ton. Sie ist erst zwei Wochen tot, Naemi. Mir kommt es vor, als wäre es gerade erst passiert. Heute ist nicht die Zeit zum Feiern. Ich wusste, was Großmutter vorhatte. Sie wollte mir ein schlechtes Gewissen machen und, verdammt, es funktionierte. Aber... Nein, die Diskussion ist beendet. Du bleibst hier. Das machte mich wütend. Ich spürte eine Enge in meiner Brust und meine Wangen wurden heiß. Großmutters schiefergraue Augen glitzerten feucht. Sie blinzelte die Tränen weg. Ihre Trauer schmerzte mich fast noch mehr als die verletzenden Worte, aber nur fast. Ihre zu einem schmalen Strich zusammengepressten Lippen zeigten mir, wie sehr sie um Beherrschung rang. Ich sah zu dem Porträt, das auf dem Nachttisch stand. Darauf hatte ich meine Arme fest an den Hals meiner Mutter geschlungen. Wir lachten und sie umarmte mich ihrerseits schützend. Sie trug auf dem Bild dieselbe Kornblumenblaue Bluse, die ich mir am Morgen aus ihrem Kleiderschrank genommen und angezogen hatte, um zu ihrem Grab zu gehen. Ich bildete mir ein, dass sie noch ein bisschen nach ihr roch. Das einfallende Licht vom Fenster ließ unser Lächeln noch strahlender werden. Ich ballte die Hände so fest, dass sich die Nägel schmerzhaft in meine Handflächen gruben. Ein Schmerz, den ich viel besser ertrug als Großmutters Vorwurf. Zitternd nahm ich einen tiefen Atemzug. Reicht es nicht, dass wir den ganzen Morgen zusammen an Mamas Grab verbracht haben? Die Zeit hat keine Wunden. Ob der Unfall meiner Mutter zwei Wochen oder viele Jahre zurück lag, war egal. Nichts war mehr so wie vorher. Der brennende Schmerz in meiner Seele durchzog einfach alles. Ich spürte ihren Verlust, als wäre dieser eben erst geschehen. Genau aus diesem Grund musste ich weg von dem Ort, an dem ich alles an sie erinnerte. Selbst wenn es nur ein paar Stunden waren. Bin ich ein schlechter Mensch, weil ich mir einen normalen Geburtstag mit meinen Freunden wünsche? Flüsterte ich und blickte zu Boden, weil ich das lächelnde Gesicht meiner Mutter nicht weiter ansehen konnte. Ein Luftzug vom halb offenen Fenster wirbelte Staubflocken über die Dillen und ließ mich frösteln. Großmutter sog scharf die Luft ein. Natürlich nicht. Warum darf ich mich denn nicht mit Jasmin und Konrad treffen? Sie war mit zwei Schritten bei mir und umarmte mich. Ich erwiderte ihre Umarmung nicht, kniff die Augen so fest zusammen, bis Lichtflecken vor meinen geschlossenen Lidern tanzten. An Großmutters Schulter, genau dort, wo mein Kopf lehnte, stieg mir der schwache Duft von Rosenblüten in die Nase. Großmutter hatte den Strauß gelber Rosen im Garten geschnitten und am Grab in eine steinerne Vase gesteckt. Meine Mutter hatte diese Blumen geliebt. Großmutter seufzte leise und gab mich frei. Ich öffnete die Augen, begegnete ihrem eindringlichen Blick. Sie sagte nichts. Ich zog die Augenbrauen zusammen, wartete auf eine Erwiderung, die nicht kam. Großmutter drehte sich um und ging aus dem Zimmer. Sekunden, nachdem sie die Zimmertür hinter sich geschlossen hatte, hörte ich, wie sie den Schlüssel ins Schloss steckte und ihn umdrehte. Ich rannte zur Tür, rutschte dabei auf dem glatten Boden aus und krachte gegen das Türblatt. Ungläubig drehte ich den Knauf. Einmal, zweimal, aber nichts rührte sich. Abgeschlossen. Sie hatte mich eingesperrt. Was soll das? Oh, mach die verdammte Tür auf! Wütend hämmerte ich mit den Fäusten auf das Holz ein, bis meine Handballen brannten. Ich lauschte, doch auf der anderen Seite blieb alles still. Ich stampfte mit dem Fuß auf und blickte mich auf der Suche nach etwas, das ich werfen konnte, um. Auf dem Schreibtisch lag mein dickes Anatomiebuch. Ich lief hin, riss das Buch an mich und schleuderte es mit voller Wucht gegen die Tür. Es fiel mit einem dumpfen Laut zu Boden. Großmutter kam nicht zurück. Ich begann zu weinen, ging zum Bett und ließ mich auf die Matratze fallen. Das metallene Bettgestell knarzte leise. Was für ein tolles Geburtstagsgeschenk. Das hätte meine Mutter nicht gewollt. Ich schrie meinen Zorn ins Kissen. Nein, ich verzichte nicht auf meinen Geburtstag. Ich setzte mich auf und sah mich im Zimmer um. Das Summen einer Biene ließ mich zum Fenster blicken. Sie suchte einen Weg ins Freie und flog dabei immer wieder gegen die Scheibe. Na klar, das Fenster. Ich konnte nur über das Fenster entkommen. Ich schlüpfte meine Sandalen und schnürte mir die Ärmel meiner Jacke um die Hüfte. Die Luft in der Kuppel wurde nachts nicht mehr so stark erwärmt wie in den Sommermonaten. Ein simulierter Herbstanfang. Dass wir diese Wärme ausgerechnet durch die Hitze eines Vulkans gewannen, konnte man durchaus als Ironie des Schicksals sehen. Dieselbe Kraft, die die Menschen vor 90 Jahren dazu gezwungen hatte, eine schützende Glaskuppel über Konstanz zu erbauen, nachdem der Ausbruch des Yellowstone-Vulkans die ganze Welt verwüstet hatte. Über der Stadt wölbten sich drei getrennte Kuppeln, wobei die über dem Zentrum am größten war. In den beiden kleineren Kuppeln wurden Lebensmittelangebaut und Tiere gehalten. Meine Handflächen waren feucht. Meine Hände zitterten, als ich das Fenster leise öffnete und den Weg nach unten suchte. Zwei Stockwerke. Von der Höhe wurde mir schwindelig. Hastig band ich mir meine Haare im Nacken zusammen. Wenigstens gab es im Wald, in dem unser Haus stand, keine neugierigen Nachbarn, die mich beobachten konnten und meinen Ausbruch womöglich meiner Großmutter gemeldet hätten. Ich blickte zum Bild meiner Mutter und begann mit den Zähnen an meiner Unterlippe zu kauen. Sollte ich wirklich abhauen oder doch lieber hierbleiben? Dann wäre ich alleine in meinem Zimmer. Das war kein Geburtstag. Großmutter hatte mich eingeschlossen. Der Gedanke gab mir den nötigen Mut, mein Vorhaben durchzuziehen. Ich sah wieder aus dem Fenster. Meine Beine begannen zu zittern. Ich musste an den Ästen des Ahornbaums nach unten klettern. Seine Blätter leuchteten in derselben Farbe wie das Abendrot, das sich über mir in den gewaltigen Glasplatten am Himmel brach. Zwischen mir und dem nächsten stabilen Ast lag ein guter Meter Abstand. Die Wiese unter dem Baum war weicher als die Pflastersteine auf der anderen Hausseite, aber sicher nicht weich genug. Ich bekam Zweifel. Beim Sturz würde ich mir bestimmt einige Knochen brechen. Wenn Großmutter meinen Ausbruch bemerkte, wäre sie mehr als nur enttäuscht bei mir. Und obendrein stocksauer. Andererseits heilte bei mir alles sehr schnell. Ich hatte auch nie lange Schmerzen. Selbst als ich mir vor ein paar Jahren den Arm gebrochen hatte, war der Gips nur drei Wochen, statt der von meiner Mutter befürchteten sechs Wochen, drangeblieben. Ich kämpfte meine Unsicherheit nieder, bevor mich mein Gewissen noch umstimmen konnte. Ich setzte mein rechtes Bein auf das Fensterbrett und stieß mich mit ganzer Kraft davon ab. Die Blätter raschelten laut und Äste knackten, als ich im Baum landete. Meine Finger fanden keinen Halt, die Zweige entlitten mir immer wieder. Ich keuchte erschrocken auf. Die Ärmel von Mutters Bluse zerriss. Ich spürte ein Brennen am Oberarm. Eine Astgabel beendete mein Sturz unsanft, als ich mit dem Hintern darauf krachte. Ein heftiger Schmerz explodierte in meinem Körper. Ich biss mir in den heilen Arm, um den Schrei zu unterdrücken, der in meiner Kehle aufstieg. Verdammt, das tat höllisch weh. Ich atmete mehrmals tief ein und aus. Schließlich ebte der Schmerz zu einem rhythmischen Pochen ab. Es regnete Ahornblätter auf die Wiese. Die Kratzer am Oberarm waren tief. Ich spürte eine warme Flüssigkeit, die mir über die Haut ran. Blut. Ich griff an meinen Arm. Na toll, die Bluse meiner Mutter hatte ich damit komplett ruiniert. Das tat meinem sowieso schon schlechten Gewissen gar nicht gut. Nervös kaufte ich auf meine Lippe und blickte zum beleuchteten Küchenfenster hinüber, um zu sehen, ob Großmutter den Lärm mitbekommen hatte. Ich musste mich zur Seite neigen und auf einem Ast abstützen, um hineinsehen zu können, denn das Fenster war leicht versetzt zum Baum. Ich atmete auf. Großmutter hatte nichts bemerkt. Sie saß am Tisch, ihre Ellbogen auf die Tischplatte gestützt. Sie hatte den Kopf gesenkt und die Finger tief in den fast weißen Haaren vergraben. Zum Glück waren die Fenster gut isoliert. Eine dampfende Teetasse stand neben ihr. Großmutters Schultern bebten. Sie weinte. Ich lehnte meine Stirn an die raue Baumrinde und schloss die Augen. Was tat ich hier eigentlich? Noch einmal blickte ich zu meiner Großmutter. Nach einem Moment der Unentschlossenheit griff ich in die Tasche meiner Jeanshose und zog mein Icon raus. Anstatt anzurufen, schrieb ich Jasmin eine kurze Nachricht. Ich kann nicht zu euch kommen. Großmutter braucht mich. Ich musste nicht lange auf ihre Antwort warten. Du kannst und du wirst. Heute feiern wir deinen Geburtstag. Und schlüssig starte ich auf das lilafarbenleuchtende Display. Was sollte ich tun? Meine Mutter wüsste einen Rat. Ich atmete tief durch, steckte mein Icon zurück in die Hosentasche. Mit heftig klopfendem Herzen, einem schmerzenden Steißbein und einem nagenden Gewissen kletterte ich vom Baum. Ich versuchte nicht daran zu denken, was ich im Begriff fahrt zu tun und vermied es, noch einmal zum Küchenfenster zu blicken. Am Himmel wichen die letzten roten Sonnenstreifen im dunklen Anthrazit. Ich lief so schnell, die beginnende Dämmerung es mir erlaubte, zum Schotterweg, der zum See führte. Ich holte noch einmal mein Icon aus der Tasche und schrieb Jasmin und Konrad, dass ich gleich bei ihnen sein würde. Im fahlen Mondlicht konnte ich den Weg gut erkennen und erreichte den Trauerweidenwald. Jasmin fand ihn unheimlich. Ich dagegen liebte diesen Ort. Die sich im Wind wiegenden Blätter schimmerten und die dünnen Weinruten fielen wie ein silbriger Wasserfall an den Ästen herab. Die Bäume standen so nah am Weg, dass die Weinruten tief über dem Boden hingen. Ich musste mich ducken oder die Zweige beiseite schieben, um weitergehen zu können. Deshalb nahm ich mir vor, die Äste in nächster Zeit zurückzuschneiden, damit wir wenigstens auf dem Weg gut laufen konnten. Ich hörte das Rauschen der Blätter und das Gurgeln des Bachlaufs, der sich durch das Gelände bis zum See schlängelte. Keine E-Mobile, keine anderen Menschen. Dafür zirrten Grillen ihr Abendlied, zwitscherten Vögel in den Bäumen und der Schotter knirschte vertraut bei jedem meiner Schritte. Das hörte sich fast genauso an wie Großmutters Kaugeräusche, wenn sie morgens ihr Müsli aß. Der Gedanke ließ mich lächeln. Unter einem der Bäume hielt ich an. Noch immer hatte ich ein schlechtes Gewissen, aber ich schob es beiseite. Ein Flügel schlagen im Baum über mir ließ mich aufsehen und während ich nach oben sah, verschwamm meine Sicht. Als sie wieder klarer wurde, hatte sich der Wald um mich verändert. Die Blätter leuchteten golden. Das passierte nicht zum ersten Mal. Ich nahm die Dinge um mich anders wahr als andere Leute. Mama hatte mir erklärt, dass es eine besondere Gabe in unserer Familie war. Ich erahnte die Nachtigall noch, ehe der kleine schwarze Schatten auf einem der Äste weit oben in der Krone auftauchte. Dann begann der Vogel zu singen und ich lehnte mich gegen den Baumstamm. Die ausladenden Astgabeln mit den bis zum Boden reichenden Weinruten bildeten um mich herum ein Dach. Ich schloss die Augen, spürte den Nachtwind auf meinem Gesicht, lauschte dem Gesang der Nachtigall und ließ alles andere los. Plätzliche Stille holte mich zurück in die Gegenwart. Die Herrchen auf meinen Armen richteten sich auf. Das goldene Leuchten war verschwunden. Der Wald lag wieder im Dunkel. Über mir klang ein Warnruf des Vogels. Ich wusste, ich war nicht mehr allein. Ich lauschte in die Nacht. Kurz glaubte ich, schleichende Schritte zu hören, doch das Geräusch verklang so rasch, dass ich mir nicht sicher war. Die Nachtigall flatterte weg. In einiger Entfernung huschte etwas zwischen den Bäumen. Zwei Lichtpunkte richteten sich auf mich. Sie wirkten wie Reflektoren oder die Augen einer Katze. Ich konnte das Licht nur ein paar Sekunden lang sehen, ehe es verspannt. Dann sah ich die Lichtpunkte wieder, diesmal näher. Angst lähmte mich. Das war kein Tier. Ich sah die Silhouette eines Menschen, eines sehr großen Menschen mit seltsamen Augen. Oder waren das die Linsen eines Nachtsichtgeräts? Mein Herz schlug heftiger. Ich starrte in die Finsternis, konnte den Blick nicht von dem dunklen Schämen lösen, der sich zwischen den Zweigen hindurch langsam auf mich zubewegte. Ich zitterte, schlang die Arme um meinen Oberkörper. Dann wurde es vollkommen still im Wald. Es war so ruhig, dass ich meinen eigenen Herzschlag überdeutlich hören konnte. Dabei hatte ich immer mehr das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich ging weiter und blickte suchend in den dunklen Wald. Die hellen, scharfkantigen Kiesel auf dem Weg leuchteten im Mondlicht. Das monomige Gefühl in meinem Bauch nahm zu. Ich wusste, dass mir jemand folgte. Mit einem letzten Blick über die Schulter begann ich neben dem Weg im Gras zu laufen. Es dämpfte meine Schritte besser als der Kies. Hinter mir hörte ich ein Zischen. Ich lief schneller. Dann vernahm ich außer meinen eigenen Schritten nichts mehr. Verdammt, was sollte das? Hatte ich mir alles nur eingebildet? Ich blieb stehen und blickte zurück. Da sah ich ihn. Vielmehr erahnte ich ihn. Denn die Silhouette des Mannes verschmolz immer wieder mit der Dunkelheit. Wäre da nicht das Glimmen seiner Augen gewesen, das ihn verriet? Mir wurde abwechselnd heiß und kalt. Magensäure bahnte sich ein Weg in meinen Hals. Ich schluckte, hektisch, ignorierte das Stechen. Er verfolgte mich. Ich rannte los, so schnell ich konnte. Mein Mund wurde trocken, weil ich so hastig atmete. Etwas traf mich hart im Rücken. Ich fiel schreiend und mit ausgestreckten Händen auf den Schotterweg. Die spitzen Kiessteine gruben sich schmerzhaft in meine Handflächen. Der Verfolger stand schwer atmend über mir. Mit einem Ruck drehte ich mich auf den Rücken und keuchte erschrocken auf. Rote und grüne Lichter glühten in seinen Augen, die wütend auf mich herunterstarrten. Er trug schwarze Kleidung, die im Mondlicht leicht schimmerte und wie eine zweite Haut an seinem Körper lag. Nur sein Kopf war unbedeckt. Einen Wimpernschlag lang umhülltes farbige Floris zieren ihn vollkommen. Für einen Augenblick konnte ich die Umrisse seines Gesichts erahnen. Eines sehr hübschen Gesichts. Er war nur ein paar Jahre älter als ich. Der Mann war groß, durchtrainiert und seine Augen... Seine Augen waren beängstigend. Eine Eiskälte lag in ihm, die mich erschaudern ließ. Ich versuchte rückwärts auf allen Vieren aus seiner Reichweite zu kriechen, kam aber nicht weit. Der Mann packte mit beiden Händen grob meine Fußgelenke und zerrte mich zurück. In meinem Hals breitete sich ein schreckliches, enge Gefühl aus. Ich bekam kaum noch Luft. Jeder Atemzug schmerzte und mir wurde schwindelig. Lass mich sofort los! Er ließ mich nicht los, packte sogar noch fester zu. Ich versuchte, meine Beine aus seinem Griff zu befreien, indem ich nach ihm trat, aber der Mann hatte eine unglaubliche Kraft. Nein! Loslassen! Lass mich los! Als ich mich schreiend wand, packte er mich am Oberarm und riss mich ruckartig auf die Beine. Ich wimmerte vor Schmerzen. Seine große Hand legte sich über meinen Mund und meine Nase, sodass ich jetzt gar keine Luft mehr bekam. Es ging alles so rasch, dass ich Mühe hatte, mich aufrechtzuhalten. Sein anderer Arm lag wie eine Eisenstange um meinen Oberkörper. Meine Arme waren darunter gefangen. Es tat weh. Er drückte meine Rippen so stark zusammen, dass sie stachen. Ich griff mit beiden Händen nach der Hand, die mich am Atmen hinderte, versuchte sie wegzuziehen, doch es gelang mir nicht. Er wollte mich umbringen. Ich würde sterben. Tränen brannten in meinen Augen und liefen mir über das Gesicht. Meine Sicht verschwamm. Das schwindelige Gefühl nahm zu. Ich hatte schwarze Punkte vor den Augen und konnte nichts mehr erkennen. Mir war eiskalt. Das hier war falsch. Ganz falsch. Ich schrie in Gedanken nach Großmutter. Ich wollte leben. Ich trat um mich, zerrte noch stärker an der Hand auf meinem Gesicht. Ich vergrub die Fingernägel so tief in der Haut an seinem Arm, wie ich nur konnte. Zuerst reagierte er nicht. Dann versteifte sich der Mann vollkommen. Er keuchte. Ein Ruck ging durch seinen Körper. Er riss die Hand vor meinem Mund. Der Mann hielt mich immer noch fest, doch ich konnte wieder atmen und schnappte röchelnd nach Luft. Ich hustete krampfhaft. Ein Herzschlag später fegte eine Hitzewelle durch mich hindurch und ließ mich bis ins Innerste erbeben. Der Wald um mich herum explodierte in einem Lichtermeer. Es sah aus, als wäre die Sonne darin aufgegangen. Das war etwas völlig anderes als meine besondere Wahrnehmung. Das goldene Licht lag nicht einfach nur wie eine Aura um die Bäume. Es strahlte aus ihnen heraus und waberte dabei wie Nebel. Oh Gott. Ich halluzinierte. Der Mann ließ mich so schnell los, dass meine Beine unter mir nachgaben. Ich sackte auf den Boden. Meine Lungen brannten bei jedem Atemzug. Er fluchte. Es klang, als würde er die Worte singen. Plötzlich kniete er neben mir nieder, schob die Arme unter meinen Körper und hob mich ohne Anstrengung hoch. Nein. Die Berührung löste eine weitere Panikwelle in mir aus, aber mehr als ein Wimmern bekam ich nicht zustande. Fliehen. Ich musste weg von ihm. Mein Körper gehorchte mir nicht. Ich zitterte, meine Lippen bebten, meine Zähne klapperten. Ich schluchzte, konnte einfach nicht aufhören zu weinen. Er hielt mich. Sein Griff war locker, fast zärtlich. Sein Atem ging genauso schwer wie meiner. Mir war immer noch schwindelig. Eine angenehme Wärme ging von dem Mann aus. Sie vertrieb die Kälte aus meinem Körper. Die Panik eppte langsam ab. Das Zittern wurde weniger. Der Mann roch leicht nach Wacholderbern und Wald. Sein Atem streifte meine Wange. Ich bekam eine Gänsehaut. Was passierte mit mir? Ich fühlte mich eigenartig schwerelos und benommen. Auf meinem linken Arm und meinem Hals spürte ich ein zartes Kribbeln. Ich konnte den Herzschlag des Mannes so deutlich hören, als würde ich danach lauschen. Bis mir bewusst wurde, dass ich meine Wange an sein schwarzes Shirt schmiegte. Erschrocken zog ich meinen Kopf zurück. Was war nur los mit mir? Noch vor ein paar Minuten wollte dieser Typ mich umbringen. Ich schüttelte den Kopf, um meine wirren Gedanken zu ordnen. Das goldene Licht im Wald erlosch. Ich versuchte, mich aus seinen Armen zu wenden. Mit weit aufgerissenen Augen starrte ich sie in sein dunkles Gesicht. Lass mich los, flüsterte ich. Mein Mund war staubtrocken, meine Zunge ganz klebrig, weshalb die Worte schwammig klangen. Der Mann entschloss die Augen. Als er sie wieder öffnete, war das Leuchten darin zu einem türkisfarbenen Spelen reduziert. Ich glaubte, so etwas wie Bedauern darin zu erkennen und Angst. Er lockerte seinen Griff. Ich riss mich von ihm los. Wieder gaben meine Beine unter mir nach, doch dieses Mal rappelte ich mich aus eigener Kraft vom Boden hoch. Ich rannte einige Schritte von dem Mann weg und stürzte beinahe über einige Baumwurzeln. Panisch blickte ich zurück. Er stand vollkommen reglos da. Sein Blick war eindringlich, fast flehend. Ich rannte los. Zwischen den Bäumen vor mir tauchte ein weiterer Mann auf. Er kam viel zu schnell näher. Auch dieser Mann hatte beängstigende Augen, aber seine glühten grün und veränderten ihre Farbe nicht, so wie bei dem, der mich angegriffen hatte. Mein Weg nach Hause war versperrt. Ich drehte um und lief in den Wald. Mein Name ist Galat, flüsterte eine Stimme in meinem Kopf. Hinter mir ertönten scharfe Klicklaute und dieser seltsame Gesang. Dann hörte ich nur noch meine eigenen hastigen Atemzüge und das Rascheln der Blätter, die ich im Rennen zur Seite fegte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017